Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir warten da vorne... Ah, okay, das haben wir überlebt. Wo es denn da sind? Wir erwarten gleich da hinten... Boah, da hat es jetzt aber auch nicht geruckelt. Das heißt, die Insel ist schon da, die Story-Insel. Wir erwarten aber gleich da vorne Caravan Island, weil wir zufälligerweise vom Strom her in der Richtung sind, da hinten. Hier, bevor wir das aufnehmen, machen wir das erstmal weg. Da wir das direkt unten da im Inventar haben. So. Dann können wir auf die direkt schnabulieren. Boah. Caravan Island ist da, auf jeden Fall. Ansonsten kommen diese Ruckler eher weniger. So, und dann jetzt. Komm. Ah, diese Ruckler. Okay. Das heißt, die Insel ist gleich da. Story-Insel auf jeden Fall. Ich will die gerne sehen. Können wir die von hier aus sehen? Es gefällt mir nicht, dass die nicht ganz mittig ist. Aber dann heißt das, wir müssen die vielleicht wieder umstreichen, nochmal neu streichen. Die ist schon da vorne. 300 Meter noch. Da ist sie schon. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Insel ist. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir so schnell wieder die nächste Story kriegen. Also, dass wir mit der Story soweit jetzt kommen. Das ist eine ganze Stadt. Okay. Das ist jetzt krass. Eine ganze Stadt. Und ein Gulliver ist da. Ich habe Gulliver gesehen. Okay. Das wird... Das wird eine... etwas längere Geschichte als die Bäreninsel. Glaube ich jetzt schon dran. Dann müssen wir erstmal wieder alles einlagern. So. Was können wir hier hinpacken? Wir wollten aber noch das Bienenhaus bauen. Das Bienenhaus war mir jetzt sehr wichtig. Und wir haben dafür immer noch nicht genug Planken. Kriegen wir den da? Boah, da ist ein Hafen. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir in den Hafen einfahren können. Gleich. Sobald ich den da habe. so, okay, weit genug. Ja, jetzt haben wir den. Ah, geil. Okay, wir schauen mal, ob wir in den Hafen reinfahren können. Auch wenn wir dann Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Ich möchte das einfach mal machen. Einfach mal in den Hafen rein. Van dar kafila. Okay. Ah, es ruckelt. Okay. Jetzt schnell runter. Und runter mit dem Anker. Haben wir wieder irgendwas eingefangen hier? Ein bisschen, aber nicht viel. Und dann jetzt noch mal schnell den hier bauen. So. Komm, wir machen den hier hin. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau bringt. Ob es uns Honig bringt oder so. Den Rest würde ich jetzt hier erst mal einlagern. So, da sind die Nägel. Ah, warte. Seil. Ähm, plastisch. Das kann hier hin. Das kann auch hier hin. Ich würde sagen, das packen wir mal hier hin. Komm, das machen wir erst mal hier rein. So. Ich denke, wir werden... Wir haben noch ein Metallschwer. Die beiden tauschen wir mal. Und die beiden. Und die beiden. Äh. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da auch Holz hacken können. Oder werden. Wir machen auch Wasser einmal voll. So. Immer, um uns abzusichern. Falls... unser Obst hier... leer sein soll. So, weg damit. Kurz abwarten. Ne, hier geht's runter. Wie gut haben wir eingeparkt? Okay, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier nochmal für Gegner kriegen. So. Ne, hier war's nicht. Ist immer noch nicht fertig. Können aber schon mal das Obst mitnehmen. So. Die 20 Dinger. Komm, die machen wir auch mal leer. Und das hier. So. Hier sind wir soweit. Und wir wären dann auch soweit. Nach oben. Also nach... zur Insel zu gehen. Und... Okay. Wir sind auf der Insel. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier alles finden. Ich finde, die Musik passt ja auch irgendwie gerade gar nicht hierzu. Ach, das sind nur Möwen. Keine Gulle was. Port Office. Okay, jetzt einmal nochmal gespeichert. Ist gut. Ich würde im Fall, dass sie wieder abschmieren sollte oder sowas. Die Musik passt jetzt auch gar nicht. Okay, Türen können wir auch nicht öffnen. Oder vielleicht doch. Nur nicht... Nur nicht alle. Aber es gibt hier schon... Was? Okay. Stop. Und... Okay. Werden wir schon einiges einsammeln können. Komm, wir essen sogar noch ein bisschen was. Die Dinger will ich hier leer haben. Kann ich denn jetzt auch mal auswählen? Oder wegen dem Essen geht das nicht. Okay, das tut uns nicht weh. Immerhin. Ah, hier können wir auch machen. Hallo? Ich will das da auswählen. Ach so, nur das da unten. Gegenstand aufsammeln. Wassermelone. Ah, nice. Okay, hier gab es sowas nicht. Gut, gehen wir mal nach oben. Weg. So. Okay, hier haben wir Seil. Ja, komm. Ah. Okay, hier geht es auch auf. Es gibt hier aber auch Sachen, die brauchen wir gar nicht. Begate Rübe. Nice. Okay, hier wird es einiges zu essen geben. Okay. 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 Hier haben wir noch mal was. Die Garte Kartoffel. Da gibt es aber nichts. Hier geht es auch noch weiter. Nein. Toll. Einfach mal runtergefallen. Komm. Irgendwie Sachen. Hoppala. Hier gibt es noch ein Paket. Überreste. Nice. Und, erster Hinweis. Ah, toll. Immerhin gibt es hier eine Leiter. Okay, ich bin gespannt, was wir hier alle finden werden. Was für Aufgaben wir auch kriegen. Jo. Biokrachtstoff aufnehmen. Was haben wir hier, was wir nicht brauchen? Komm, wir können die Überreste mal leer machen. Wir müssen jetzt schon... Wir müssen jetzt schon aufs Schiff zurück. Und Boris ist auch schon wieder da. Ah, ich sehe, was wir noch umfärben müssen. Ja, Boris, ich weiß. So, Biokrachtstoff platzieren. Nice. So, was können wir hier reinpacken? Keine brauchen wir nicht. Hier, das können wir hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Das können wir hier. So. Und das lassen wir mal hier. Warte mal. Die Steine können wir ja... ...hier reinpacken. So, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Aber ich finde es krass, wie viel wir jetzt schon an Loot haben. Dass unser Inventar jetzt schon voll war. So, jetzt sind wir hier. Schön lecker Steine. Hier gibt es einen Gulliver. Okay. Okay. Okay, wir werden hier von einem Gulliver attackiert. Was ist denn das? Autsch. Ah. Da geht's weiter. Wo soll das landen? Wo sollte das hin? Ah. Okay. Ich glaube, ich weiß wohin. Die Seite können wir wahrscheinlich auch noch drehen. Und hier nicht. Aber hier. So. Wo führt das jetzt hin? Hier hin. So. Dann müssen wir jetzt noch mal schauen. Wo war noch mal die Pumpe? Oben. Ja, Gulliver, halt die Schnauze. Ich habe keinen Bock auf dich, Gulliver. So. Da war die Pumpe. Ah, okay. Das war vielleicht... ...ein bisschen falsch. So, jetzt den kompletten Weg nochmal von vorne. Toll. So. So. Ah, ich hätte mich hier fest. Ah. Vielleicht so. 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 Ja, wir werden gleich noch Gulliver irgendwie erledigen müssen. Die Notiz schauen wir uns gleich mal an. Doch ein bisschen so. Ah. Ruckeln wegen Speichern. Okay, noch ein kleines bisschen. So. Dann müsste das jetzt funktionieren. Ah, komm. Ich glaube, das hätte man vielleicht zu zweit machen sollen oder so. Ach, komm schon. Ja, danke, Gulliver. So. Ach, komm. Ah, okay. Aber es hat jetzt funktioniert. Okay. Da hat irgendwas auf jeden Fall funktioniert jetzt. Da ist Wasser hochgekommen. Und schnappen wir das jetzt. Es hat funktioniert. Teil einer Seilrutsche. Okay. Wir haben etwas wie eine Seilrutsche gefunden. Ah, komm, ich will hoch. Danke, Gulliver. Ah, da waren wir einfach. Stimmt. Wir wollten ja hierhin weiter. Immerhin gibt es hier mehrere Orte, wo man sich vor Gulliver verstecken kann. Nur hatten wir bisher noch nicht so viel Glück. So. Und noch eine gegarte Kartoffel. Das kann weg. Ah, und noch einen Biotreibstoff haben wir. Okay. So, wir machen die alle erstmal weg. So, das mit den Bienen gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ah, hier ist kaputte Brücke. Okay. So, hier dürfte uns Gulliver jetzt nicht treffen. Aber dass er ganz genau weiß, dass wir hier sind. So, noch eine Planke. Nice. Und, ah, Kletterpflanzen lieber. So, das weg. Hier können wir aber auf jeden Fall noch mal ein paar Bienen kriegen. So, da scheint nichts drin zu sein. Aber hier noch eine gegarte Kartoffel. Und, Gegenstand aufnehmen. Geschere. Toll. Ich habe noch mehr Werkzeug. Wo ich nicht weiß, wohin damit. Da will ich auch irgendwie hin. Waren war nichts. Autsch. Hier waren wir noch nicht. Und, Silber-Smoothie. Ich würde sagen, wir nehmen den Silber-Smoothie mal zu uns. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Ausdauer, sagen wir mal. Und, die Wassermelone. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Das kann weg. Wer will denn Steine haben? Okay, hier kommen wir nicht dran vorbei. So, doch. Jau, den können wir... Nice. So, toll. Weg damit. Können wir Gullibar gegen den Kopf schmeißen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt will ich wissen, was es hier gibt. Noch ein Gegenstand. Schrott. Bisher noch keine richtigen Quest-Gegenstände, außer diese Hinweise. Notizen. Ich frage mich, wann sich der Gullibar ausgetobt hat. So. Hier geht's noch einmal hoch. Oh. Na, komm. Autsch. Danke. Ach, toll. Danke, Gullibar. Ich will doch nur da hoch. Das ist doch schwieriger als erwartet. Ja, wir haben's geschafft. Alter. Das war jetzt krass. Da haben wir was drinne. Weg damit. Geht's noch weiter hoch, irgendwie? Okay. Ich hab's versucht, so schnell wie mit mir das aufzumachen, nur reinzugehen. Niemand will Steine. Was haben wir hier? Noch eine neue Kokosnuss. Nice. Ja, Gullibar. Okay, dann gehen wir mal da rein. Okay. Und noch eine gegarte Kartoffel. Okay, Gullibar kommt gleich wieder. Okay. Okay. Und was haben wir hier? Kiste aufnehmen. Alter. So viel geil... So viel geil Stuff. Komm, die Rübe essen wir mal. Äh, keine gute Idee, hier runter zu springen. Da können wir nicht rein. Aber hier noch. Ah ne, hier waren wir schon. Okay, den Bereich haben wir abgeschlossen. Würde ich sagen. Es sei denn, hier gibt's so noch Dinger, die etwas mehr versteckt sind. Wo ist ein Gullibar? Da ist... Ein weißer Gullibar. Okay. Okay. Wir haben hier einen weißen Gullibar. Okay, hier haben wir's geschafft. Metallfeil. Haben wir keine Feile mitgenommen? Ah, okay. Wir haben andere Feile. Und hier noch rein. Gegenstand aufnehmen. Biocraft schaffen. Nice. Drei Steine. Weg damit. Und weg damit. So, die Rüben essen wir erstmal auf. So, Gullibar greift hier sofort an. Jetzt können wir raus. Teile eines Ladegeräts. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier machen müssen. Wir haben einen neuen Bogen. Nice. Immerhin. Nein. Okay. Können wir nicht so rüberspringen? Doch, können wir. Okay, aber es geht hier weiter. So, was haben wir hier? Hallo, ich wollte das nehmen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal kurz zurück aufs Schiff. Einmal alles zwischenlagern, was wir haben. Weil wir haben schon viel gesammelt jetzt. So, da hinten ist Boris. Nein. Nein. Achso. Achso. Jetzt ist das Ding voll. Wie viel Biokraftstoff haben wir noch? Alter. Wir haben ganz schön viel Biokraftstoff. Ich würde sagen, das packen wir erstmal vielleicht hier zwischen. Für hier haben wir nichts. Für hier haben wir nichts. Für hier können wir die Kartoffeln reinpacken. So, hier. Alter. Wir müssen ein bisschen anders zwischenlagern gleich. Dass wir erstmal provisorisch einfach alles irgendwo hin tun. So, das kommt hier hin. So, das kommt noch hier rein. Hier haben wir... Nee. Hier. Und das kommt... Alter. Nee. Ist unhygienisch. Die packen wir auch erst einmal hier rein. Genauso wie das. Den brauchen wir ja noch nicht. Und essen werden wir sehr viel bekommen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge... Machen wir weiter mit Caravan Island. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. 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 Ich bin's, ich bin's. 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 Ich bin's.